so leute zum youtube analytics hier seht ihr mal ein bisschen paar daten sind auch die letzten 28 tage wie man sehen kann hier die videos die am besten laufen sind halt meistens die shorts aber ich sag mal auf dauerhaft bringen nicht so viele klicks also die bringen innerhalb von 23 tagen mal deshalb sieht man auch hier die ausschläge das ist immer wo ich youtube shorts hochgeladen habe und der rest ist halt dann normal weil ich auch gar nicht so schlecht finde jede stunde sieht man halt was man halt nicht sieht wer anklickt so weil ich auch noch mal zeigen wollte ganz knapp vor den 4000 stunden wiedergabezeit naja die abonnenten da brauche ich eh noch ein naja mal schauen ob ich es dieses jahr schaffe hier sehe ich natürlich weitere sachen diese tolle internetverbindung sieht man halt alles ohne sachen wobei hier habe ich sogar noch was gesehen für kurz videos gibt es das auch beiträge hier sieht man halt ob neuer zuschauer oder halt schon wiederkehrende nutzer ohne abo naja wird wahrscheinlich in den nächsten zehn jahren auch kaum ändern vielleicht werden dann nutzer mit abo wahrscheinlich dann auf zehn prozent hochgehen aber mehr wahrscheinlich auch nicht weil ich halt auch interessant finde sonntag schauen halt die meisten zwischen ja 15 und 20 uhr so ungefähr finde ich leider schade da ich hier noch nichts sehe naja egal so tschüss bis zum nächsten video das war youtube analytics